So Leute, was geht ab? Es ist das Netzwerfer-Event draußen, also der Netzwerfer-Herausforderung. Es ist wieder eine von Herausforderungen von vielen. Die sind, meistens zeichnen sie sich dadurch aus, dass sie sehr schwer sind. Die letzte war bei den Guardians of the Galaxy. Ihr wisst noch, ihr habt mich da auch ziemlich viel nachgefragt über irgendwelche Gegner, irgendwelche Bosse, wie ich es gemacht habe und so. War total mühsam. Ich habe das Video zusammengeschnitten, glaube ich, weil es einfach ewige Fights waren. Dieses Event hier, in dem als Gegner habt ihr diese ganzen verschiedenen Spider-Mans, die es halt im Spiel gibt. Und dann gibt es halt die Endbosse, die ihr quasi habt. Die seht ihr hier oben in der E-Mail. Aus Kapitel 1 ist Rhino, dann 2 ist Venom, 3 ist Elektro und 4 ist dann der Vulture oder Geier zu Deutsch. Hier drin wird kein Gameplay kommen. Ganz wichtig. Also, falls ihr Gameplay wollt, seid ihr verkehrt. Wieso? Ich werde versuchen, denke ich, den letzten Titel hier zu kriegen, weil das ist ein ziemliches... kurzes Event, wenn ich es schaffen sollte. Und wenn ich hier den letzten Titel kriege, dann spare ich mir dadurch circa um die 4 Stunden in dem nächsten Event, wo ich es versuchen werde. Das ist der Grund, warum ich hier, denke ich, versuchen werde. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ich habe wahrscheinlich die falschen Charaktere für das Spider-Man-Event, weil ich habe keinen Rang 4 Talent-Champion, mit dem ich das machen könnte. Also 5 Sterne Rang 4. Dennoch schauen wir uns kurz das Event an und gucken uns die Belohnung an. Hier ist dieses Event. Ab dem Moment, wo ich starte, geht es quasi los. Deswegen kann ich jetzt nicht reingehen und euch die Map zeigen. Aber findet ihr auf YouTube und bei anderen Leuten. Muss ich halt für andere Leute Werbung machen. Findet ihr da was? Ihr könnt mal beim Satan schauen. Der hat es in einer Stunde durchgespielt. Da hat man einen groben Überblick über die Map. Und die Rewards sind eigentlich ganz okay. Ihr bekommt ein 4 Sterne Erwecker-Juwel. Ihr fragt mich immer, wo kriegt man die her? Ja, das ist eines dieser Vents, aus denen man sie kriegt. Und das ist eben jetzt schon, glaube ich, das 4. Event, wo so quasi nach dieser Schematik aufgebaut ist. Vielleicht sogar das 5. Wir müssen nochmal nachzählen. Ich glaube, das 4. Und da hat man es jetzt jedes Mal eingekriegt. Das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich solche Sachen herkriege. Dann kriegt man 20 Signatures für ein 5 Sterne Champion. Und zwar generisch. Ziemlich geil. Werden wir, denke ich, in unser Spider-Man pumpen. Und ansonsten kriegt man noch 1000 Splitter, 5 Sterne und 600 für 4 Sterne. Alles ganz gut. Das ist, wenn man alles erkundet hat. Dann kriegt ihr nochmal Splitter. Und dann kriegt ihr auch noch einen Klassenentwickler, Stufe 4. Das ist ziemlich geil. Und nochmal einen gesamten Basisentwickler. Das gibt es auch noch dazu, wenn ihr quasi alles gemacht habt auf 100%. Das war es zu diesem Event. Ich werde spielen. Ich will auch den Titel Netzwerfer haben. Gerade jetzt, wo ich den Spider-Man als mein Profilbild habe, werde ich, denke ich, eine Weile mit dem Netzwerfer rumlaufen. Und ich hoffe dann zum 3-jährigen Jubiläum oder wenn ich 3 Jahre spiele, gibt es einen neuen Titel, den ich dann reinnehmen kann. Allerdings, bis dahin werde ich dann den Netzwerfer, denke ich, reinnehmen in Zukunft. Und ja, das ist nur ganz kurze Übersicht über das Event, was die Rewards sind und was es geben wird. Und ich werde Legend Run probieren. Deswegen wird von mir dazu erst etwas später Videos kommen. Wahrscheinlich frühestens nächste Woche. Und ja. Das Video müsst ihr nicht liken, weil es sehr uninteressant und langweilig ist. Aber ich wollte euch nicht das Event vollhalten. Deswegen, haut rein!